Also Sicherheit braucht im Grunde mindestens zwei Dinge, ein sicheres Passwort. Das eine ist mal die Länge und die Komplexität. Das bedeutet einfach, wenn wir jetzt, oder schauen wir uns zuerst an, wie ein Passwort überhaupt gespeichert wird. Normalerweise, jedes Mal, wenn ich mich auf einer Webseite anmelde, wird das Passwort nicht im Klartext gespeichert. Das heißt, der Betreiber der Webseite kann es nicht lesen und ein Angreifer, der die Webseite hacken würde, kann es auch nicht lesen.